Musik Aus diesen kleinen, fischähnlichen Wesen entwickelten sich hunderte von anderen Arten. Und das größte von allen Tieren war der Dinosaurier. Musik Für die meisten auf der Erde lebenden Dinosaurier war das Leben voller Gefahren. Musik Aber für die vom Glück begünstigten Pflanzenfresser, die im großen Tal lebten, war das Leben friedlich. Musik Es gab Futter im Überfluss. Musik Das große Tal war der ideale Ort für Saurierkinder, wie Littlefoot den Langhals, Cera das Dreihorn, Ducky den Schwimmer, Petri den Flieger und Spike den Dornenschwanz. Hier konnten sie in Ruhe aufwachsen, lernen und spielen. Ich hab ihn! Jetzt ich ihn haben. Musik Los, Spike! Hast du ihn, Spikey? Hast du ihn? Hä? Jap, jap, jap! Du hast ihn! Ich hab einen anderen Stein! Ich hab einen anderen Stein! Hallo Hip, kriegen wir unseren Stein bald zurück? Euren Stein? Wer sagt denn, dass er euch gehört? Genau, wie kommt ihr darauf, dass euch der Stein gehört, hä? Oh, äh, ja! Naja, also, keiner. Wir, wir haben nur damit gespielt. Gib ihn uns zurück, Hip! Ich hab aber das Zauberwort bitte nicht gehört. Ich hab's ja auch nicht gesagt. Äh! Bleh! Hey, wir können doch alle spielen. Zusammen. Gut geruft, Littlefoot. Wir alle zusammen spielen. Jap, jap, jap! Je mehr, desto besser! Ja, ähm... Was meint ihr, Freunde? Spielen wir mit diesen... Babys? Babys? Wen nennt ihr hier Babys? Etwa uns? Hm. Ich nicht Baby. Ich sein groß. Ja, ein großes Baby. Ich nicht mögen sie. Ich auch nicht. Den werd ich's zeigen. Zira! Ich hab zu tun. Du kriegst uns nie. Versuch's doch mal. Wow. Was ist das? Na, das ist... Das ist... Die Erde wackelt! Fliegesteine. Fliegende Steine! You need to go. Papa! Ah! 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 Mama! Mama! Großmutter! Großvater! Ah! Ah! Nicht viel zu schnell! Hilf! Hör hier! Lidlfurt! Pass auf! Lidlfurt! Ich bin hier, Großmutter. Alles in Ordnung, mein Kleiner? Du kannst jetzt wieder rauskommen. Das war keine normale Erdverwackelung, nicht wahr? Nein, Lidlfurt, das war's nicht. Aber was war es dann? Ach, das wissen wir auch nicht, Lidlfurt. Vielleicht hat es was mit den großen Steinen zu tun, die vom Himmel gefallen sind. Oh ja, ich hab sie gesehen. Sie sind irgendwo draußen im Geheimnis von Jenseits gelandet. Ich würde sie zu gerne suchen. Ja, ich kann dir nachfühlen, das wäre ein großes Abenteuer. Nun, ich denke, wir hatten schon genug Abenteuer für einen Tag. Komm. Jetzt ist es Zeit, schlafen zu gehen. Es sieht wunderschön aus, nicht wahr, Großvater? Oh ja, Lidlfurt. Wunderschön. Und geheimnisvoll. Wie so vieles in unserer Welt. Naja. Ja. Zumindest ist die Gefahr vorüber. Zumindest ist die Gefahr vorüber. Zumindest ist die Gefahr vorüber.